So, na dann weiter Schlecker hier. Wehrt die Attacke ab. Na geil. Und wieder Feuerwirbel. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Und jetzt noch der Feuerwirbel. Oh Gott, wir haben unser erstes Pokémon verloren. Ah. Nein. Diese Attacke darf es gar nicht haben. Ah und Tod. Oh, das gibt's Erfahrungspunkte ey. Wenn ich so weit komme. Windstoß. Das wie kann Windstoß. Und Gift. Es ist tot. Oh mein Gott. Nein. Oh, das ist doch scheiße. Es kann Drachenwut. Es kann Drachenwut. Oh Gott. Was? Mondilla ist tot. Du bist scheiße, Mondilla. Du bist scheiße. Der Kampf davor war schon erbärmlich. Und das ist ja nochmal richtig erbärmlich. Oh Gott. Bitte überlebe. Scheiße. Mein bestes Pokémon. Bist du ne Nervensieger, Alter. Level 21er. So hässlich. Aber ich muss dich fangen. Was zum. Genau. Das Spiel hasst mich gerade. Das Spiel hasst mich so sehr. Oh Gott. Jetzt würde ich das weg. Es war eh scheiße. Nein. Nicht kaputt machen. 3, 4. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Warum? Warum? Oh, ist das mies. Ist das mies. Wir machen einfach mal Käferbiss. Oh nein, das ist ein Flugpokémon. So ein Scheiß. Okay, wickelt hoch. Du kommst ins Friedhof. So eine Scheiße schon wieder. Und du darfst jetzt keinen Volltreffer machen. Oh mein Gott. Es fängt an und das erste Vieh ist weg. Knirscher. Oh Gott. Bitte überlebe es. Auf Wiedersehen, Kai. Was zum. Ist da. Passiert. Warum? Warum? Oh nein. Das nächste Pokémon weg. Das ist nicht mein Tag. Das ist nicht mein Tag. Wir haben Bucario verloren. Nein. Oh Scheiße. Das kann ja auch nur mir passieren. Nächstes Pokémon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Und wir haben... Ja, hab ich verloren. Geht das mit? Ich hab's nicht gerade eine schlaue Wahl. Merke ich aber auch gerade. Okay, das hab ich verdient. Mann. Bitte überlebe. Bitte überlebe. Bitte überlebe. Bitte überlebe. Oh Gott. Das Spiel hasst mich gerade. Das Spiel hasst mich richtig. Ja. Das war's. 100 Pro. Das letzte Pokémon. Ja, damit ist die Reihe beendet. Ah, hier kann ich ja... nicht gar nichts machen. Boah, Elektroball. Boah. Krass. Oh nein. Ja. Aber jetzt sind alle Pokémon tot.